Hey Leute, heute haben wir 7 verrückte Gesetze für euch, die es nur in Deutschland gibt. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 7 und dem Prostitutionsgesetz. In Deutschland ist es gesetzlich geregelt, dass Prostitution eine Dienstleistung ist. Dieses Gesetz wurde verabschiedet, um die rechtliche und soziale Situation von Prostituierten zu verbessern. Wichtig ist aber auch hier, dass keine Ausbeutung oder Zwangsprostitution vorliegt. Weiter geht's mit der Nummer 3 und dem Reinheitsgebot. Im deutschen Reinheitsgebot ist geregelt, dass Bier nur aus Hopfen, Malz, Hefe und Wasser bestehen darf. Und eins ist klar, genau das ist auch der Grund, warum unser Bier in der ganzen Welt so beliebt ist. Machen wir weiter mit der Nummer 5 und der Sonntagsruhe. Die einen finden es gut, die anderen eher schlecht. In Deutschland muss man am Sonntag still sein. Das bedeutet, keine Partys in der Mietwohnung. Das gleiche gilt aber auch für einen Großteil des Einzelhandels. Dieser muss nämlich sonntags geschlossen sein. Naja, fast zumindest. Zum Glück gibt es mittlerweile ein paar Ausnahmen. An Flughäfen oder Bahnhöfen darf der Einzelhandel nämlich zum Beispiel auch am Sonntag geöffnet haben. Nummer 4, das Schornsteinfegergesetz. Während in anderen Ländern die meisten Hausbesitzer einfach selbst ihren Schornstein reinigen, muss das in Deutschland von einem Fachmann durchgeführt werden. Dieser muss dann nicht nur den Schornstein reinigen, sondern auch Messungen durchführen, die garantieren, dass unsere Luft nicht allzu stark verschmutzt wird. Eigentlich eine ziemlich coole Sache. Weiter geht's mit der Nummer 3, Alkohol für Jugendliche. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern darf man in Deutschland bereits im Alter von 16 Jahren Bier trinken und dann, zwei Jahre später, alle anderen alkoholischen Getränke. Im Rest der Welt gilt allerdings größtenteils ein Alkoholverbot für alle, die noch nicht 21 sind. Welche der beiden Regelungen findet ihr besser? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Und wir machen in der Zeit weiter mit der Nummer 2, Kopfkissen als Waffe. Wenn man in Deutschland jemanden aus Spaß mit einem Kopfkissen angreift, dann kann dies, insofern der Angegriffene den Spaß nicht versteht, bereits als Körperverletzung durchgehen. Ja, da sind wir ziemlich streng. In den meisten Ländern wird das Ganze nämlich oft nicht so streng gesehen und als Spielerei abgetan. Ziemlich krass. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1 und dem Tankleerverbot. Laut der deutschen Straßenverkehrsordnung ist es verboten, dass man aufgrund eines leeren Tanks stehen bleibt. Solltet ihr auf der Autobahn stehen bleiben, weil der Sprit alle ist, dann kann das bis zu 35 Euro kosten. Aber jetzt wird's richtig verrückt. Solltet ihr nämlich aufgrund des leeren Tanks länger als 3 Minuten stehen bleiben, was ja in den meisten Fällen der Fall ist, dann kommen weitere 70 Euro Bußgeld hinzu, da ja auf der Autobahn ein Parkverbot besteht und wenn ihr länger als 3 Minuten stehen bleibt, verstoßt ihr gegen das Parkverbot. Ja gut. Ja Leute, wenn's euch gefallen hat, gebt dem Video mal einen Daumen nach oben, damit wir Bescheid wissen und abonniert den Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier haben wir jetzt noch ein weiteres cooles Video für euch. Zum Anschauen klickt einfach drauf. Und damit war's das für heute, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao!